Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es darum, warum ich meine Lumix GH5, meine letzte Panasonic-Kamera, verkauft habe. Es geht auch darum, warum ich sie mir eigentlich überhaupt mal gekauft habe. Und es geht darum, durch welche Kamera ich die Lumix GH5 inzwischen ersetzt habe. Ab sofort und bis zum Ende des Jahres bekommt ihr 40% auf meine beiden Premium-Tutorials zur Landschaftsfotografie, wenn ihr die beide gemeinsam kauft. Solange es bei mir nur ums Fotografieren ging, seit etwa Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, habe ich ausschließlich sehr gerne mit Nikon fotografiert. Das tue ich aber im Übrigen auch heute noch. In etwa in den 2017ern, oder besser gesagt im Jahr 2017, bekam ich dann aber auch die ersten Anfragen, ob ich denn nicht für Kunden auch Videos produzieren kann. Und da war, zu der Zeit habe ich noch mit Spiegelreflex, mit Dickon Spiegelreflex, mit der D800 fotografiert, das war nicht unbedingt die beste geeignete Kamera, oder die best geeignete Kamera, um damit Videos zu produzieren. Zumindest damals aus meiner Sicht. Also habe ich mich nach etwas anderem umgeschaut. Nikon hatte zu der Zeit nichts Vergleichbares zu bieten. Und am Ende habe ich mich dann für die Lumix GH5 entschieden. Aufgrund ihrer bis heute gültigen, hervorragenden technischen Eigenschaften, wenn es um Video geht. Für mich ist unverändert die Lumix GH5 bis heute eine der besten Videokameras im kompakten Kleinbildformat. Gut, ich weiß MFT, aber wir bleiben mal bei der Größe, weil die spiegellosen Kameras sind alle vergleichbar groß. Also die Lumix GH5 war für mich zu der Zeit die bestmögliche Wahl, weil es musste auch klein und kompakt sein, damit ich dann auch bei den Projekten, um die es ging und um die es absehbar ging, auch mich gut bewegen kann und ich mit so einem riesen Monster da durch die Gegend laufen muss. Das wäre in vielen Fällen gar nicht gegangen. Also habe ich mir zum Filmen gleich Anfang 2018 die Lumix GH5 gekauft. Und mit der Lumix GH5 habe ich bis vor kurzem auch eigentlich fast alle meiner Kundenprojekte gefilmt. Wie zum Beispiel der Ausschnitt aus einem Video, den ihr jetzt seht. Die ganzen Videosequenzen habe ich ausschließlich mit der Lumix GH5 gefilmt. Es gibt zwei Ausnahmen. Einmal kam eine GoPro zum Einsatz und natürlich die Luftbildaufnahmen habe ich natürlich dann auch mit einer Drohne mit dem DJI Inspire One Pro gefilmt. Aber im Wesentlichen alles mit der GH5. Und weil die GH5 so klein, so leicht und so kompakt war und weil sie auch für die Reisefotografie oder für das Reisen sehr geeignet war, habe ich mir dann ergänzend noch die Lumix G9 gekauft. Denn die Lumix GH5 und die Lumix G9 waren für mich eine hervorragende Kombination. Die Lumix GH5, die relativ universell einsetzbare MFT-Kamera, die einen Schwerpunkt im Bereich Video hat und die Lumix G9 ebenfalls als sehr universell einsetzbare Kamera, die aber den Schwerpunkt noch ein bisschen mehr im Bereich Fotografie hatte. Also beide Kameras hatten eine sehr große Schnittmenge, konnten sich bei Bedarf sogar ersetzen. Also ich hatte ein gleichwertiges, nahezu gleichwertiges Backup immer dabei, wenn ich dann insbesondere auch auf Reisen war. Und das war für mich eine hervorragende, eigentlich mit die beste Kombination an Foto- und an Videokamera, die es für mich zu der Zeit in dieser Universalität gab. Dann hat Nikon, die von mir bis dato bevorzugte Kameramarke, wenn es ums Fotografieren ging, die hatte ich ja immer noch, kam Nikon mit seinen ersten spiegellosen Kameras, mit dem Nikon Z-System. Ich war absolut begeistert und hatte mir auch sehr viel erhofft, auch in Verbindung oder in Hinblick auf Video. Einmal, weil ich natürlich sehr viel schon an Nikon Equipment hatte, das auch in Teilen weiterverwenden konnte. Gleichzeitig ist natürlich auch noch Panasonic mit seinem Vollformat S-System auf den Markt gekommen. Ich habe lange Zeit geschwankt. Ich wollte gerade eine Infocard verlinken, aber ich glaube, da gäbe es zu viele Infocards, die kann ich gar nicht verlinken. Ich habe eine ganze Reihe Videos dazu gemacht, wie letztendlich mein Entscheidungsprozess war, mir dann doch die Nikon Z-Kameras zu kaufen. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht unbedingt der beste Schritt, sei es drum. Auf jeden Fall hatte ich sehr große Hoffnungen, sehr große Erwartungen, auch an das Thema Video, was Nikon damals auch schon in Aussicht gestellt hatte. Aus meiner Sicht hat sich das bis heute nicht erfüllt. Die Nikon Z9, die jetzt auf den Markt gekommen ist, wäre vielleicht da die Lösung für das Problem, aber sie ist mir zu groß und sie ist mir zu teuer. Bleiben wir aber mal beim Thema Video. Also, ich habe dann 2019, bin ich dann vollständig umgestiegen auf das Nikon Z-System. Weil ich aber, was das Thema Video anging, doch nicht so zufrieden war und doch nicht das in der Flexibilität machen konnte beim Thema Video, insbesondere für meine kommerziellen Projekte, bin ich tatsächlich bei der Lumix GH5 geblieben. Habe also weiter im Wesentlichen mit der Lumix GH5, ne, GH9 hatte ich nicht mehr, die habe ich ja schon verkauft, mit der Lumix GH5 gefilmt. Und dann kam Corona. Dann bin ich überhaupt nicht weggekommen. Dann habe ich, alle meine, auch Videoprojekte wurden abgesagt. Ich bin nicht weggekommen, ich konnte nicht reisen. Und was macht ein Fotograf, der zu Hause bleibt und der nicht fotografieren kann und der auch nicht da und das fotografieren kann, was er möchte? Ist überhaupt ein Fotograf, der gar nicht fotografiert, überhaupt noch ein Fotograf? Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn jetzt in meinem unmittelbaren Umfeld fotografieren? Und da bin ich auf die Street-Fotografie gekommen. Ein fotografisches Genre, was ich bis dato überhaupt nicht bedient hatte, womit ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Und ich bin überhaupt auf die Idee gekommen, weil Anfang diesen Jahres hatten wir mal eine Woche so richtig toll intensiv Schnee. Und da habe ich dann einfach unheimliche Lust bekommen, rauszugehen in die Straßen, hier in meiner unmittelbaren Umgebung, in Essen, Rüttenscheid. Und bin mit der Kamera rausgegangen und habe in den Straßen von Essen fotografiert. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass die Nikon Z-Systeme, Nikon Z-Kameras, die Z6 oder auch die Z7 II, die ich inzwischen habe, für die Street-Fotografie nicht optimal geeignet sind. Weil sie sind dann doch noch, auch durch die Objektive, durch das Vollformat, zu groß oder sagen wir größer als beispielsweise andere klassische Street-Fotografie-Kameras. Wie natürlich das Leica-System oder auch das Fuji X-System mit der Fuji X-E3. Oder und dann zu dem Zeitpunkt, als ich mich angefangen hatte, mich mit der Street-Fotografie zu beschäftigen, kam dann oder war angekündigt die Fuji X-E4, die ich mir dann auch bestellt habe. Und mit der ich bis heute, das heißt bis heute, also jetzt seit einem Jahr, fast ganz einem Jahr, Street-Fotografie mache und extrem gerne mache. Es war exakt die richtige Entscheidung, mir die X-E4 für die Street-Fotografie zu kaufen. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich vergleichbar der Lumix GH5 und der Lumix G9 Kombi, dass das Fuji X-System auch sehr schön leicht, sehr schön kompakt und sehr klein ist und sich auch sehr gut eignet für die Reisefotografie. Etwas, was ich ja häufiger und regelmäßig tue. Ich reise ja auch relativ viel mit meinen Kameras. Das Fuji-System, das APS-C-System von Fuji ist dabei auch dem MFT-Format, auch der GH5 und der GH9 durchaus überlegen. Ganz einfach durch den größeren Sensor ist das Rauschverhalten einfach deutlich angenehmer, auch bei höheren ISO-Zahlen. Was ich, und jetzt komme ich auch mal wieder zurück zum Thema Video, wie ich natürlich auch beim Thema Video sehr angenehm bemerkbar mache. Man muss in der Videoschnittsoftware später beim Grading nicht so stark mit der Rauschreduzierung eingreifen. Das heißt, die Bildqualität bleibt einfach auch bei höheren ISO-Zahlen idealerweise besser. Ich war also inzwischen an dem Punkt und hatte mit dem Fuji X-System und dem Z-System zwei nahezu vollständig ausgebaute Kamerasysteme. Denn ich hatte mir ja inzwischen auch noch die Fuji X-T3 gekauft, um dann für die Reisefotografie auch wirklich alles so dabei zu haben, was ich gerne dabei haben möchte. Und ich bleibe jetzt zum Schluss jetzt im Herbst diesen Jahres an dem Punkt. Ich hatte jetzt plötzlich drei Kamerasysteme und mein Bestreben ist es eigentlich, alles nur mit einem Kamerasystem machen zu können. Sowohl Foto als auch Video. Bei Nikon funktioniert das für mich bis heute leider nicht und bei Fuji funktioniert es für mich seit neuestem auf jeden Fall. Denn die Fuji X-T3, die ich mir gekauft habe, das gleiche gilt natürlich für die Fuji X-T4, aber ich habe die X-T3 gekauft, weil sie günstiger war und für das, was ich auch mit Video machen möchte, genau das kann, was ich brauche. Denn die Fuji X-T3 hat inzwischen für mich auch beim Filmen für das Thema Video die GH5 ersetzt. Und dementsprechend habe ich dann jetzt letzte Woche meine Lumix GH5 verkauft. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, die Lumix GH5 habe ich nicht verkauft, weil es eine schlechte Kamera ist. Wie gesagt, unverändert. Die Infokarte habe ich gleich schon eingeblendet oder blende ich euch jetzt ein. Ich habe ja mal ein Vergleichsvideo gemacht, warum ich die Lumix GH5 auch Stand heute Ende 2021 unverändert für eine der besten universell einsetzbaren Videokameras im Kleinbildsegment, in Anführungsstrichen, Klammer auf, MFT, Klammer zu, halte. Bei der Recherche im Übrigen ist mir aufgefallen, das hatte ich lange Zeit auch gar nicht auf dem Radar, dass Fuji mit der X-T4, die Kamera, die ich da in dem Vergleich mit einbezogen hatte, das gleiche gilt für Video für die X-T3. Die beiden Kameras sind da identisch, dass die Fuji X-T4 eigentlich fast gleich nach der GH5 kommt, wenn es um auch das Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Hatte ich dann aber trotzdem die auf dem Radar. Also die GH5 habe ich verkauft, weil sie einfach als drittes Kamerasystem für mich über war. Das war einfach zu viel. Und deswegen habe ich jetzt zwei Kamerasysteme und Stand heute ist für mich im direkten Vergleich Nikon Z, Fuji X, das Fuji X-System für mich das universellere, weil ich es einmal sehr gut für die Reisefotografie verwenden kann, weil es kleiner, weil es leichter und weil es kompakter ist und weil ich gleichzeitig mit der Fuji X-T3 die Lumix GH5 habe ablösen können. Und ich bin jetzt selber mal gespannt, wie das im nächsten Jahr mit mir weitergeht, mit meinem Kamerasystem, ob ich mich wirklich dahin oder dazu durchringen kann, wirklich alles zu reduzieren auf ein Kamerasystem und mich vielleicht sogar komplett von Nikon zu verabschieden. Aber das werde ich dann im nächsten Jahr entscheiden, wenn dann Fuji die neuen Kameras rausbringt. Also Fuji X-Lumix GH5 verkauft und komplett durch die Lumix, na jetzt komme ich mit Lumix und Fuji durcheinander und durch die Fuji X-T3 ersetzt.